und weiter geht es hier bei minecraft so ich gucke jetzt mal ich werde diesmal nicht so lange aufnehmen ganz einfach irgendwie spinnt minecraft rum oder mein ganzer pc spinnt irgendwie gerade rum mein prozessor temperatur geht irgendwie auf 90 grad hoch im vollbild deswegen bin ich jetzt im wind mode also im fenstermodus ich habe keine ahnung es ist irgendwie nur bei minecraft so das leckt dann natürlich richtig rum keine ahnung bei es kippen tag auf funktioniert zum beispiel vorbild keine ahnung entweder liegt es wirklich am minecraft oder es liegt am wenn das mal eine wasserkühlung im marsch ich hoffe natürlich dass es das erste ist naja ist ja gut ich mache mich jetzt erst mal auf die suche nach schafen da ist noch eine höhle da ist kohle aber da scheiße ich jetzt mal drauf au so ich hoffe dass ich in einem kleinen fenster überhaupt ein schaf sehe so wie gesagt ähm ich gucke jetzt die tage dass ich das gehe oh das eisen aber das nehme ich mir mit da ist ja keiner so eisen brauchen wir immer wir haben ja auch keine eisenrüstung nix ich muss mal gucken dass ich das jetzt die tage gefixt bekomme weil am freitag und sonst noch wirklich streamen also übermorgen heute ist mittwoch da kommt die folge raus also wenn es leckt tut es mir wirklich leid ich weiß nicht woran es liegt die ganze zeit hat es ohne probleme funktioniert kann natürlich wie gesagt auch sein dass das auch immer meine wasserkühlung halt im arsch geht da muss ich mir da jetzt echt eine neue kaufen wäre zwar ein bisschen traurig habe fast 200 euro dafür bezahlt und nach gut knapp zwei jahren geht die wasserkühlung im arsch ich muss aber so mal gucken ob ich noch garantie drauf habe so die frage ist nur wo ist jetzt unser ein zuhause da nice das heißt also wir können schlafen die wissen auf der falschen seite nein ich habe ja noch glas scheiß drauf so und wieder zu hause heißt endlich ein bett ewig gedauert so im stream habe ich direkt in der streamwelt habe ich direkt weiße Wolle gefunden also ich gucke dass ich die folge irgendwie auf 15 minuten mache 15-20 minuten dass er da ein bisschen zu gucken hat aber wie gesagt ich weiß noch nicht woran es liegt so den Boden wollten wir ja auch weitermachen genau da können wir da mal noch essen boah das ist hier so klein ich kenne das kaum so das ist Feuerstein 20 Eisen naja das ist nicht sonderlich viel wir brauchen ja auch noch eine Spitzhacke so so Eichenholz wir brauchen Birkenholz das Birkenholz ja so hier war ja unser Ding warum warum wachst der nicht wachst du Sau machen wir mal dahin den muss ich jetzt leider hier weg machen ich habe ja hier noch was vor der hat zwar schön gepasst aber naja naja so ähm wie ging das dann nochmal hier wie ging das nochmal war das boah wie kann man denn hier genau den brauche ich Zaun okay so boah ich habe keine Sticks mehr ich werde jetzt ganz kurz mal in voll mit wechseln ich hoffe es hält und schon fängt er da an zu lecken okay boah ich hasse das was ist denn das für eine scheiße hier ich soll mal denn sowas erkennen ach holz wollte ich holen genau so ich habe da ja noch was vor ist das Birkenholz ne das ist Fichtenholz den Dreck brauche ich ne brauche Birkenholz Essen 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 da haben wir Essen so das ist auch hier muss doch irgendwo Birkenholz geben da ist einer da ist einer den können wir auch mitnehmen das holz brauchen wir natürlich auch so ich habe gerade geguckt ich bin jetzt bei 65 grad aber komisch dass es irgendwie nur bei Minecraft ist ähm ich habe Escape von Tarkov aufgenommen da hatte ich auch so der i7 ich habe einen 67 0k ist generell beim zocken oder so immer wärmer ähm aber bei Escape von Tarkov oder so da hat es zum Beispiel nicht geleckt in der Vollbildaufnahme das ist echt komisch oder es liegt an Java ich weiß es ne das muss ich mal beobachten wenn es dann halt auch bei anderen äh Games ist dann liegt es wirklich an der Wasserkühlung so es hat mich jetzt aufgeregt ich dachte ich kann jetzt 1-2 Stunden von Minecraft aufnehmen bisschen quatschen mit euch und dann so ein Problem und so сам hier so wo haben wir dann 21 das ist nicht sonderlich viel du 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 Capital ich wollte eine ankündigung machen ich weiß nicht ob ich es jetzt hier machen soll oder in einem separaten video keine ahnung ich werde das thema hier schon mal ein bisschen anquatschen mit euch und zwar geht es einfach darum viele die mich jetzt schon von anfang an verfolgen die wissen dass ich einfach in youtube vor allem ein perfektionist bin mir muss alles perfekt sein ich hasse es wenn der game sound und die aufnahme asynchron sind oder der game sound zu leise die stimme zu leise was auch immer das mikro ich habe das ist recht gut das ist sehr sehr gut sogar ich habe damals auch an die 100 euro bezahlt dafür und nur für mich ist es einfach jetzt momentan irgendwie vor allem auch wenn ich viel live streamen um dass ich mir einfach irgendwann ein neues mikrofon holen will das rote podcaster und ich würde dann bei 2 300 abonnementen mein altes mikrofon mit komplett stativ pop schutz spinne würde ich dann verlosen da gibt es dann aber noch mal ein separates video dann natürlich dazu nur dass er dann da bescheid ist jetzt brau machen wir eigentlich könnte mit nein was mache ich denn da die könnten eigentlich für sticks nehmen das ist egal so momentan voll verpeilt so dann machen wir hier ich war das jetzt so ne genau 39 das müsste könnte theoretisch sogar reichen und dann haben wir hier noch 64 nachher habe ich knöpfe gemacht nur ein schmutz ich muss mal die ganzen dreck in die kiste und da ist das das kann rein die können rein das kann hier noch rein der rest brauche ich eigentlich alles so die frage hier ich möchte wenn wir keine so machen so vielleicht ich mache noch mal schnell nackst so kommen wir uns diesmal nackst so ich habe nackst wird nicht frech aber wie gesagt da ist es eigentlich vor da regt mich das jetzt halt auch ein bisschen auf weil dann muss ich mir erst mal eine wasserkühlung eine neue kaufen da werden wir auf jeden fall noch viel viel mehr holz brauchen ist das zu groß ich glaube das ist echt zu groß eins müsste man weg machen das ist eins zwei drei vier dann hier und da kleine dinger stufen sind es glauben stufen kann man nicht viele gute dinge bauen so gehen na da da und da dann hier da na komm so dann hier und da alter da wollte ich gar nicht hinsetzen oben draufsetzen noch einen drauf denke ich mal nein so dann hier oben da müssen wir uns irgendwie mit erde hochbauen so na hallo kann ich das jetzt hier nicht mehr draufbauen oder was das geht really really dass das jetzt hier echt nicht mehr geht das ging doch mal so dann hat man hier so eine art kleine brücke wo man dann hier übers wasser hier könnte man dann die beiden theoretisch noch aus glas machen geht es erst mal schlafen das wird doch dunkel hier noch mal weiter jetzt ist es richtig dunkel okay gute nacht wie viel schlaft ihr denn eigentlich so am tag könnt ihr mal gerne die kommentare schreiben so bei mir ist es momentan so ich schlafe nicht länger als drei vier stunden am tag warum auch immer ich habe keinen plan jetzt ist es zum beispiel fünf uhr morgens wo ich das aufnehme da schaufel habe ich nicht doch eine schaufel perfekt hier drüben mache ich weiß es noch gar nicht berg der strandhütte da hinten oder so kein plan das wird man hier noch rausfinden nein schritte dich dann ok da kann man also keinen anglippen ich dachte da in die mitte passt vielleicht noch einer hier nö bisschen blöd gemacht aber ok so ok mit dem mit dem windows mode also mit dem fenster modus ist ein bisschen alter das ist ein bisschen belastend man sieht kaum was könnte aber auch so machen das sieht vielleicht besser aus sieht vielleicht besser aus so dann den so oh alter da naja das sieht nicht sonderlich schön aus aber doch geschissen man kann sich ja noch schön machen da könnte man so lassen theoretisch so dann hier und da da und hier und da das haben wir alles das haben wir alles das haben wir alles das haben wir alles Klaas haben wir Klaas dabei natürlich nicht da ist auch kein Klaas mehr drin noch was zum essen das heißt also wir brauchen Sand da drüben haben wir ja aber Sand Schaufel haben wir auch dabei perfekt eh wir haben aber alles dabei was wir brauchen das ist ja ein Traum ich kann es gar nicht glauben so dann hier ja 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 hallo jetzt ich habe jetzt auch gleich kaputt aber egal also ich will den Sand so dann müssen wir dann müssen wir das aber hier mit Erde aufnehmen weil das sieht ja geschissen aus wenn da so ein Loch ist so muss auch natürlich aussehen ein bisschen so von den Dinger brauchen wir auf jeden Fall auch noch eine Menge das heißt wir müssen Holz holen so so 33 so so 14 Holzdinger haben wir noch ok die werden die werden definitiv reichen so nein so dann hier wo ist denn jetzt da wo ist denn jetzt da dann haben wir den hier ok es fehlt uns noch ein bisschen Holz da haben wir ja den hier weg damit ein so 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 und der letzte das könnte man echt so lassen und Zäune nein so dann erstmal Sticks manchmal 20 das müsste eigentlich reichen dann hier dann hier den den und den den und den so 15 Zäune ja die dürften eigentlich reichen so so nein 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 was ist denn los alter so dann das hier und das hier könnte man theoretisch ich bin gerade am überlegen wenn man hier wasser reinschüttet dass das wasser hier links und rechts runter kommt dass man so durch so eine art wasserfall geht das wäre auf jeden fall cool ich weiß halt nur wie das aussieht mit dem glas glas da 16 glas vielleicht habe ich da so viel schmutz im inventar wo ist das glas hier hallo ich sehe nichts ist so klein wir haben sogar noch 60 glas dabei hm wie gesagt müsst ihr mal entscheiden ob das irgendwie nach was aussieht ich meine man kann hier ein bisschen runter gucken aber das war es dann auch obwohl eigentlich könnte man es echt so anbieten so 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 und die beiden noch die dinge hole ich dann gleich ja das sieht echt nicht schlecht aus wenn man dann da unten irgendwie noch close down hin macht dann sieht das schon recht geil aus wenn ich so so nein na gut dann hole ich gleich die dinge hier da weiß ich aber wofür wir die noch brauchen so 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 na na nein so 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 ich habe mein fenster auf weil es heute wieder so extrem warm ist ich dachte es hilft vielleicht auch dass der PC ein bisschen runter kühlt so 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 wow das könnte man echt so lassen ähm hier so viel fucking haben wir leider nicht mal dann da ne da eine da eine so dann hier eine da eine und da eine so da eine und da eine so da kann man überall eine hin so das ist so der Liebestunnel oh no no ich bin verliebt bin auf den wir brauchen noch eine Fackel mal Kohle Kohle haben wir keine Kohle mehr so so ok die Folge ist jetzt ein bisschen länger geworden ist aber noch schlimm und der Baum ist gewachsen juhu der hier wächst aber irgendwie ne der Sack Ich hatte doch irgendwo Knochen, ne? So, bin echt mal gespannt ob das funktioniert. Haben wir da noch irgendwie... So, ich will mal kurz was testen. Mais? Hallo? Oh, perfekt. Man kommt dann hier raus. Dann wird er hier ein bisschen stützen. So, und das hier muss definitiv weg. Das ist so... Ja, das kann man so lassen. Dann muss der hier noch weg. Guck mal wie es bei Nacht aussieht. Alter. Ja. Das sieht echt nicht schlecht aus. Das kann man so lassen natürlich. So. Das kann man ja alles dann noch verfeinern und so weiter und so fort. So, dann war es das mit dieser Folge. Wie gesagt, tut mir leid, dass es jetzt nur eine Folge gibt. Und ich gucke so schnell wie möglich das Problem zu beheben. Und dann gibt es natürlich wieder mal eine Stunde, zwei am Stück. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö mit Ö. So, das war eine tolle Folge Minecraft. Leider mit ein paar Problemen. Wie ich es im Video schon erwähnt habe, mein PC macht momentan echt Probleme. Deswegen gibt es auch nur eine kurze Folge diesmal. Ich werde die Tage mal gucken, woran es liegt. Und dann gibt es auf jeden Fall wieder eine zwei, drei Stunden Session, wo ich das Ganze dann zusammenschneide. Aber wir haben viel erreicht. Wir haben endlich ein Schaf gefunden. Wir konnten uns endlich ein Bett craften. Und vor allen Dingen haben wir noch eine schöne Brücke gebaut. Die müssen wir natürlich noch ein bisschen verbessern. So viel ist klar. So können wir die da nicht stehen lassen. Aber das war es dann für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö mit Ö.